Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ich habe euch gestern mit der Info rausgelassen, dass Bitcoin hier ein Double Top gebildet hat. Dann in meiner Community, Link in der Videobeschreibung, haben wir hier diese Linie hier eingezeichnet. Da habe ich euch diese Linie in der Telegram Community geteilt mit dem Drahtseil. Und wir werden selbstverständlich heute mit der Analyse weitermachen, wo die Reise hingeht. Offensichtlich ist sie jetzt erstmal nach unten gegangen, im Vergleich zu gestern. Und wir werden nochmal das Thema, ein bisschen außerhalb mit reinnehmen, aber das Thema Mindset. Innere Einstellung, um ein deutsches Wort zu sagen, oder einfach nur Einstellung. Werden wir mit reinnehmen, das ist wichtig, gerade bei diesen heutigen Zeiten, beziehungsweise jetzt hier bei diesem Kurs. Und damit alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute hier begrüßen zu dürfen und dass du wieder eingeschaltet hast. Richtig klasse. Wenn du Bausparer bist und zum ersten Mal hier bist, ja ich weiß, da wird es langsam ausglutscht, dann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Du siehst, wir haben hier eine Menge Spaß und sind auch noch informativ dabei. Kleiner Hinweis für alle, die noch nicht in der Telegram-Community sind. Nochmal eine große Empfehlung, dort reinzukommen. Nicht wegen mir. Das ist community-driven. Richtig hochwertiger Content, der dort von den Mädels und den Jungs dort produziert wird. Das heißt, Meinungsaustausch, Chartbilder, die gepostet werden, aber auch Weltgeschehen wird diskutiert und so weiter und so weiter. Deswegen guck dir einfach unten in der Videobeschreibung den Link an, klick einmal drauf, komm zu uns, sag kurz Hallo, ich bin kein Bot und dann geht es auch weiter. Du wirst sehen, auch als stiller Zuhörer, Zuleser, das ist eine Bereicherung. Glaub es mir. Wie gesagt, ich spreche nicht von mir, das ist keine eigene Lobhudelei. So, sondern, wie gesagt, Wertschätzung der Personen in meiner Community. Also, bop, bop, bop. Advertising. Stopp. So, geht runter. Ging ziemlich weit runter, was wir hier haben. Das ist im Prinzip, sieht es jetzt auch so aus, was jetzt hier die Stimmung ist. Es ist bärisch, aber irgendwie haben es die Leute noch nicht mitbekommen. Wir haben hier unseren Double Top, ging auch kurz runter, dann so, wir haben es immer noch nicht mitbekommen, so, bumms, dip nach unten. Gut, so heftig jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. So, die verbale Kurzfassung von dem, was jetzt hier passiert ist. Auch im Vergleich, wie gesagt, du hast es nicht gesehen, du bist nicht in der Community, aber ihr seht, die Linie habe ich ja nicht verändert. Macht Sinn. Und für alle, die es jetzt erst sehen, das ist gestern erfolgt, die Linie, und deutlich vor diesem Moment, die Linie macht Sinn. Und so ist auch eben die Chartanalyse. Keine empirische Wissenschaft, das hatten wir gestern, aber es reimt sich, die Vergangenheit reimt sich. Sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Passt auch zur aktuellen Weltlage. Es wiederholt sich nicht, das von vor 70 Jahren. Nein, 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 vor 70 Jahren. Aber irgendwie reimt sich es erschreckend. Naja, okay, Chart, bumms. 30 Minuten Chart habe ich jetzt gemacht, damit es schöner aussieht. Brauchen wir erstmal nicht. Machen wir hier. Hier sieht man nämlich auch das ganze Drama-Lama. Es geht abwärts. Es gab hier nochmal so einen kleinen Bounce. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier schon so gut erkennen kannst. Deswegen machen wir das nochmal höher. Nochmal kurz rekapitulieren. Tatsächlich, wir sind hochgegangen. Schöner, krasser Anstieg. Ein Double Top gebildet. Runter. Der Retest eben zum Aufwärtstrend. Nope. Dann ging es auch relativ schnell runter. Du siehst aber, wir sind hier im 1-Stunden-Charts. Hier auf der Börse Binance gegen Tether, also Bitcoin gegen Tether. Aktueller Kurs hier rechts in Grau siehst du das, weil der Preis gerade runter geht. Im Vergleich zur letzten Kerze liegt bei 47.151 und variiert aktuell. So, weil die Kerze noch nicht geschlossen ist, deswegen die aktuelle Kerze, weißt du ja sicher, hat noch keine Gültigkeit. Wir gucken uns das Ganze an, aber hier sehen wir auch schon sehr schön, nach dieser schönen, langen Kerze kommt jetzt erstmal die bullische Gegenbewegung nach oben. Auch das haben wir ja schon öfters erklärt. Das ist eben der Test, schlichtweg, um es banal zu sagen, ob das denn die richtige Entscheidung war, diesen harten Drop zu haben. Bums. So einfach kann man sich das erstmal erklären, ohne irgendwelche Indikatoren oder irgendwelche Magic. Gehen wir weiter. Weiter, wir können natürlich jetzt einfach mal schauen, wir haben ja jetzt eine Bodenbildung. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das hier weg. Wir sind im 1-Stunden-Chart. Ne, das machen wir noch nicht. Ab dem 4-Stunden-Chart holen wir dann mal die Indikatoren nochmal raus. So, beziehungsweise wir haben uns ja, was im 2- oder 4-Stunden-Chart den RSE angeguckt, den hauen wir uns jetzt nochmal rein. So, zack, zack, zack. Relative Strength Index. Also hier, Kurse gehen runter, Indikator geht runter, fein. Weil wir hatten ja gestern die lokale bärische Divergenz. So, auch hier erstmal alles fein. RSI, der normale RSI, nicht der stochastische, ist hier auch im relativ entspannten Mittelfeld. Also hier müssen wir dann einfach mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal nur kurz durch. Als solches sehen wir halt die harten Aufkäufe. Das könnte dafür sprechen, dass wir erstmal nochmal der Kurs versucht nach oben zu gehen. Wir sehen aber auch, dass der RSI hier von dem überkauften Bereich kommt. Und so, daily, ja, ist auch erstmal okay. Geht hier aber auch runter. Du siehst schon im Vergleich, wenn du es öfters gesehen hast, der normale RSI, wenn man sich mal an den stochastischen gewöhnt hat, leckt so ein bisschen oder es leckt so ein bisschen nicht so cool in der Aussagekraft. So, auch dann, das ist immer das Einfachste, das zu machen. Und ja, nochmal, ich mache euch gerne ein NFT mit Lord Fibo. Ist kein Problem. Ich mache euch eine ganze Collection. Macht nur keinen Sinn. Wenn, dann wäre es halt so ein Schwachsinn-NFT, wie es schon viele so draußen gibt. Was meiner Meinung nach extremst blöd ist für uns alle. Wie wir eben Krypto verteidigen. Oder, ja, man muss es ja mittlerweile schon verteidigen, aber das hilft tatsächlich nicht, diese ganzen Schlangenöl-NFTs. So. Wir nehmen das größere Picture. Wir sind hier größere Bild. Wir bleiben bei der eigenen Sprache. Also, wir kommen aus dieser langen Phase. Was du hier siehst, also quasi dieser ganze Bereich hier, ist dieses Jahr. Ja, also wenn wir jetzt nochmal eine Vertical Line hier setzen. Siehst du unten das Datum? Ja, warte mal. So, bumms. Bin ein bisschen bereit heute. 5. Januar. Also, deswegen dieses Jahr. Ja, das ist im Prinzip, das ist der Kursverlauf, was wir jetzt hier haben. Was wir jetzt gemacht haben, ist endlich mal hier, so, zack, das hatte ich ja beim letzten Mal einfach weggemacht. Wir machen es jetzt hier aber einfach mal hin. Wir sind endlich hier rübergekommen. Also, der Kurs, ja, immer wie, aber Emotion. Bisschen Emotion darf hier sein. Ansonsten gehen wir hier nüchtern dran. Und wir sehen, dass es mit unserem lokalen FIBO, den wir angelegt haben, sehr schön matcht. Und das ist bei 45.000, also die Linie haben wir jetzt bei 45.500 exakt reingeklöppelt. Hier in kleinen kannst du vielleicht nicht ganz so gut erkennen. Oben drüber das FIBO-Level ist bei 45.450. Eines davon. So, FIBO können wir jetzt erstmal wegmachen. Wir wissen, dass, oder wir sehen sehr, sehr offensichtlich, dass sowohl eben das 05er als auch das Golden Pocket deutlich unter diesen 45.500 sind und deutlich unter unseren 45.000, die wir uns einfach mal merken. So, ab, ab, ab. Denn wir könnten nämlich nochmal hier ungefähr eine Linie setzen. Dann sind wir bei 44.337. Hier haben wir eine Range. Untere Linie könnten wir jetzt hier noch machen, weil wir haben ja hier die Candlesticks. Aber wir machen das bitte so. 45.500 lässt sich auch sehr schön merken. Den Begriff sage ich jetzt nicht. Du kannst es dir merken. Ihr könnt es alle mitsingen, was das für eine tolle Zahl ist. Also, FIBO merken wir uns, wenn wir runterkrachen und ein Trendbruch erfolgt, ist zumindest immer noch das Golden Pocket über den 40.000. Hurra. Sind wir aber unter unserem, ich hole es nochmal in die Perspektive rein, damit wir es auch deutlich sehen, drunter. Was uns jetzt aber sehr schön auffällt, ist, Hurra, wenn wir die Bestätigung dort bekommen, und wir machen jetzt wieder den Teilabschnitt, fokussieren wir jetzt wieder, also nach unserem zweiten Anlauf ein neues All-Time-Height zu bilden. Hier der Crash, bzw. hier war ja unser zweiter Versuch, ein neues All-Time-Height zu bilden. Ne, und dann ging es halt deutlich runter. Wir haben jetzt zum ersten Mal hier die Chance, diesen Trading-Bereich nochmal anzutesten und durchzumarschieren. Das heißt, wir brauchen unsere Bestätigung bei 45.500 im Minimum. Wir merken uns, nochmal 40.000 ist hier das Golden Pocket angesetzt. Wenn wir uns jetzt nach oben nochmal im großen Bild nochmal die Widerstände uns reinsehen, siehst du, jetzt nochmal ist kritisch. Wir hatten das Double Top, wir hatten eben die ganzen Bilder, du kannst gerne nochmal zurückspulen, dir das Ganze nochmal anschauen. Ja, es könnte hier Lightly sein, ich mache jetzt auch gerne nochmal ein, nach diesem Hochgehen, dass wir runtergehen, oder dass der Kurs halt, das ist das eigentliche Ziel, hier nach oben geht, passt auch hier mit den restlichen Abschnitten und dann vielleicht runter geht. Also, es ist nicht gesagt, dass es so kommt, meine Zeichnung nochmal, nur für alle, die das vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, nur das ist einfach das, was man erwartet an diesen Leveln, dass es zumindest stoppt und eventuell eine Trendumkehr ist. Den Trend, das ist das hier, das ist unser lokaler Aufwärtstrend, unser Bull Run, wir haben keinen Bullen-Markt, wir haben einen Bull Run, das ist quasi der kleine Bruder davon, kleine Schwester, wie du es auch möchtest, oder auch non-binär, klein non-binär. So, mir egal, wir fokussieren uns hier auf Bitcoin. Also, wenn wir hier unseren schönen Support finden sollten, schon, und ist halt echt verdammt schwer, wir haben ja schon gesagt, die letzten Zucken nach oben, die waren jetzt gegeben, nach unten könnte es drücken. So, jetzt haben wir alle Rahmenbedingungen gemacht, jetzt haben wir auch Lord Fibo nochmal angesetzt, wir schauen jetzt einfach mal nach, aber auch mit unseren Standardindikatoren, die wir immer mal raushauen, die haben sich relativ gut bewährt. Oben lasse ich nochmal im etwas Kleiner den jeweiligen Chart eingeblendet, damit man das sehen kann. Ja, lassen wir so, der Chart steht jetzt erstmal nicht im Fokus und wir gehen aber vom Kleinen ins Große. Also von unwichtig zu wichtig und reagiert schnell zu reagiert eher träge. Und dann sehen wir, dass im 1-Stunden-Chart der Chart oben relativ Wumpe ist, oder kann man fast gar nichts mehr erkennen. So, macht wirklich ein bisschen mehr Sinn. Also, entspanntes Mittelfeld beim stochastischen RSI ist hier, oder könnte man schon fast andeuten, dass der kleinere von beiden von den Durchschnitten, der agilere langsam durch diesen Bullischen aufkauft, je länger das Bullisch ist, einen Cross im Bullischen hervorruft. Haben wir hier ein Beispiel, nope, aber das Ganze könnte wieder nach oben gehen. Eigentlich müsste er jetzt nochmal nach unten, aber es ist schon eigentlich, gell? Wir bestätigen, oder wir holen uns die Bestätigung in den höheren Timeframes, wie das losgeht. Und hier sehen wir, dass dieses nach, also es müsste so sein, wir haben ja wie gesagt keine empirische Wissenschaft. Hier sehen wir unten, hätte, hätte Kettensäge. Das heißt, der stochastische RSI hätte nach oben gehen müssen, tut es nicht. Geht hier weiter, straight nach unten, Bullen gewinnen. Wir haben am Anfang des Videos auch gesehen, warum. Wir hatten die Trendlinie mit eingezeichnet. Langsam ergibt sich hoffentlich das Gesamtbild. Joa, Sohle bildet sich auch hier. Sieht auch nicht besonders gut aus. Wir sind bereits in den relevantesten Timeframes angekommen. Das heißt, vier Stunden und höher. Das heißt, hier sieht es immer noch mau aus. Sohlen bilden und unten der MACD, der Trendfolgeindikator, ist hier. Lässt noch keine Anzeichen erkennen, dass er hier aufhört, bärische Signale zu senden. Als solches switchen wir dann eben nach oben. Und hier sehen wir aber schon das, was kommen muss oder sollte, was jetzt langsam anfällt. Und ich habe ja gesagt, je höher wir gehen, desto träger wird es. Also die Bedeutung steigt, aber es wird träger und dauert ein bisschen länger. Das heißt, Anzeichen sehen aus, es müsste erstmal nach unten gehen. Oder der Trend sollte nach unten zeigen. Ist auch mit diesem Chartbild, ich muss diese Rakete einfach ein bisschen kleiner machen, damit es wirklich hier nochmal reinpasst. Ist glaube ich auch ganz gut. Und ganz ehrlich, wir wollen eine Bestätigung Richtung 45.500. Ist halt so. Ansonsten nach oben das Ganze nochmal aufblasen. Die ganzen hier in den überkauften Bereichen noch weiter nach oben ziehen oder sowas. Ne. Weil, ich sage euch auch gleich warum. Also erstmal hier machen wir das nochmal fertig. Wir haben hier den bullischen Cross. Hier siehst du schon das zarte Sprösschen beim... Machen wir nochmal größer hier. Zarte Sprösschen vom MACD. Endlich hat er hier bullisch gecrossed. Deswegen auch so, uh, bullische Stimmung. Ansonsten siehst du hier, konträr läuft oder gegenläufig der stochastische RSI. Und der Monthly ist das, was ich dir zeigen möchte. Du hast hier zwar den bullischen Cross. Aber, aber, aber... So, wir haben hier unten die Nulllinie. Hier. Ja, also, Jums. Das hier, was ich manchmal einzeichne. Ja. Gehen wir die Reise zusammen. Uhuhu. Ist das Ding aufgeblasen? Deswegen, in kleineren Timeframes, für eine kleine Erholung ist ganz gut. Wenn das Kartenhaus zusammenklappt. Thema Mindset. Thema Mindset. Wir haben jetzt, glaube ich, alles, äh, uns durch und angeguckt, äh, was jetzt so relevant ist. Das kleine Update. Ich kann dir auch... Die Videos sind immer noch nicht alt. Guck dir Montag, Dienstag an. Und das hier dann nochmal zur Kompletierung passt und gibt immer noch wichtige Informationen fernab der Tatsache, dass der Chart nicht mehr der aktuellste ist. So. Mindset. Wenn wir uns überlegen, dass hier unten das Ganze komplett überkauft ist. Könnte Panik ausbrechen. Ha, ha, ha. Alles cool. Brauchen wir alles nicht. Warum? Weil wir planen voraus. Wir haben es jetzt schon gesehen. Wir können uns jetzt schon irgendwie darauf einrichten. Wir müssen nicht irgendwo in den Supermarkt rennen und 50.000 Klopapierrollen kaufen. Oder 500 Kilo oder Liter irgendwie Pflanzenöl. Mumpitz. Keine Hysterie. Wir machen das normal. Das heißt, wenn man sich darauf einstellt, sind Sachen eben halb so schlimm, ne, unvorbereitet. Dann kommt der Schock. Du siehst, es sieht hier vorsichtig optimistisch aus. Ich bremse das Ganze hier oben. Da spielt die Musik. Vorher brauchen wir uns nicht reden. Das heißt, was wir ganz grob wollen, damit wir hier entspannt leben, ist das hier. Vorher brauchen wir gar nicht irgendwie Party machen. Wir nehmen es mit. Wir freuen uns, wenn es hoch geht. Aber ansonsten brauchen wir nicht Party machen. So, was passiert denn, wenn... Boah, komm, wir machen mal hier Worst Case. Das ist aber ganz schön weit unten. Also irgendwo hier unten Bitcoin bald bei 1000 Dollar. Das wäre da unten. Ja, und? Was ist das Problem? Dann ist das die aktuelle Marktsituation. Hat sich fundamental... Ihr wisst, ich bin kein Freund von fundamentalen Sachen, aber ich bin Entwickler. Hat sich an der Entwicklung, das muss man sich fragen, von Bitcoin irgendwas geändert? Ist eine Backdoor bekannt geworden? Ist der Entwickler bekannt geworden? Und es ist irgendwie Donald Trump hat Bitcoin entwickelt? Hat sich irgendein... Nein, hat sich nicht. Es hat sich in den letzten Jahren nichts... Also nichts verändert. Im Negativen sind immer besser. Mehr Updates, mehr User, mehr Use Cases. Ganze Ökosysteme ist gewachsen. Das heißt, wenn mein Mindset jetzt nicht hier endet, warum habe ich das Problem? Dann irgendwann mal hier 2026 kann das Ding hier stehen. Dass es hier irgendwas das macht, ist doch vollkommen Wurst. Hier hinten ist mein Mindset. Deswegen hier ist die entspannte Phase. Ganz, ganz schnell und ganz grob erklärt. Weil in meiner Telegram-Community hatten wir ja kurz, oder hatten uns ja kurz ein bisschen darüber unterhalten mit Crash und sonst irgendwas. Und ich habe ja gesagt, alle, oder das habe ich ja auch hier im Video geschrieben, alle wollen diese 100k sehen, Laser Eyes bis 100k und großer Crash, was soll das und so weiter. Ja, ist cool, aber klingt es nicht geil, wenn man sagt so, man ist davon überzeugt, dass Bitcoin irgendwann mal die 100.000 erreicht. Und das ist plausibel. Irgendwann mal 100.000 pro 1 BTC, klingt plausibel. Ist es dann wirklich so unvorteilhaft, wenn der Kurs mal wieder irgendwo hier auf 10.000 vielleicht fällt? Stichwort nachkaufen. Ist das dann wirklich so schlimm, wenn man das Mindset hat, ist, irgendwann wird das doch hier oben landen in naher Zukunft. Schnell reich, ist doof. Dann funktioniert diese Banane, die ich da gemalt habe, nicht. Aber ansonsten ist es doch S&P 500 Index. Wollen wir jetzt nicht, ich habe mich verklickt, ist mir egal, lass mir jetzt erstmal so. Aber dann siehst du auch vielleicht mal den S&P 500, den Standard & Poor's 500 Index, der 500 wichtigsten Aktien oder Industriefirmen in den USA. Also, du siehst, Thema Mindset ist nicht schlimm. Das Damoclash-Wert ist manchmal auch selbst gemacht, was so diesen Big Dump angeht oder den großen Crash. Alles eine Frage des Mindsets. Du hast jetzt mein Mindset gesehen. 100.000 klingt plausibel. Wann ist mir vollkommen Wurst. Und wenn es runter geht, easy peasy, Black Friday, wie er von irgendwelchen Geschäften gemacht wird. Nicht der Börsen-Black Friday, der war schlimm. Aber was er heute eben bedeutet. Also, Rabatte, Rabatte, Rabatte. Deswegen, damit entlasse ich dich in den Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Mach's gut. Governance. Geez. Grief.